Studenten, die aus dem Ausland kommen und mit dem Gedanken spielen, Ingenieur zu werden, für die gibt es bei uns in Deutschland sehr gute Ausbildungsbedingungen. Wir in Esslingen lieben einen internationalen Studiengang Automotive Systems an. Er ist englischsprachig und das Ziel dieses Studiengangs ist, die Studenten zu befähigen, komplexe Regelsysteme in modernen Fahrzeugen zu entwickeln. Für mich war es etwas ganz Neues, weil ich sah, wie die reale Welt funktioniert, was die Ingenieure jeden Tag tun müssen. Und dann hat man eine Idee, was man später machen soll. Für ein Ingenieurstudium in Deutschland, dann helfen Sie mit Freude an Fächern wie Mathematik und nach offenschaftlichen Fächern und eine Begeisterung, Probleme technischer Art zu leisten. Wenn Sie Ingenieure studieren wollen, dann müssen Sie nicht ein Genieus sein, wie die meisten denken. Sie müssen nur eine Passion für etwas haben. Es gibt viele Fälle, die Sie studieren können, wie die Fahrzeuge oder Flugzeuge oder sowas. Sie mögen nur, was Sie machen wollen. Neben den fachlichen Kompetenzen, die ein Ingenieur benötigt, gehören auch soziale Kompetenzen, insbesondere die Fähigkeit zur Kommunikation. Da sich die Entwicklung immer mehr globalisiert, müssen die angehenden Ingenieure auch in der Lage sein, in internationalen und interkulturellen Arbeitsgruppen effizient zu kommunizieren. Für mich bedeutet das Leben in Deutschland auch nicht nur studieren. Ich habe auch viele nette Leute kennengelernt, viele deutsche Studenten, viele ausländische Studenten. Über Freizeit in Deutschland gibt es viel zu tun, viele Ausflüge zu machen, viele schöne Regionalstädte zu entdecken. Und man genießt wirklich die Lebensqualität in Deutschland. Ja, unsere ausländischen Studenten haben große Schulden insgesamt auf dem Arbeitsmarkt. Circa 30 Prozent kommen direkt in deutschen Firmen runter. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die dann in ihr Heimatland zurückgeht und dann bei deutschen Tochterunternehmen arbeitet. Und in einer dritten Gruppe gibt es Absolventen, die in ihren Heimatländern eine sehr, sehr qualifizierte Stelle als Ingenieure dann finden. Das war mein Traum, zu gehen und die Welt zu lösen, zu sehen. Du musst einfach in dir selbst glauben und dann versuchen das. Und du wirst es nicht vergangen. Ich würde sagen, es ist eine Erfahrung, die dein Leben verändert. Und du wirst es nicht vergangen. Und du wirst es nicht vergangen. Und du gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen und passieren. Und du in die Zeit, drittlingst.